Das habe ich übrigens auch jetzt gerade vor ein paar Minuten fertiggestellt. Das finde ich doch eigentlich recht gut. Von daher, mal sehen wie lange es hält. Und das hat auch was mit meinem Kanalnamen zu tun. Ist das nicht mal beautiful? Mal sehen, wie komme ich hier durch? Okay, so schon mal nicht. Aber hier war ich doch eigentlich schon, oder? Hm, halt die Frösse, du. Geh weg da. Alter. Alter. Du, Auge, du. Hä? Hä? Wie war denn das nochmal? Egal. Ich habe ja eben gesehen, auf der Map, dass ich hier sowieso schon war, also muss ich hier mal weiter gucken. Hä, das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Hä? Bisschen Regen hoch. Wünsch, du. Tja. Denn... Muss ich doch nochmal da rumgucken, wie ich da reinkomme. Erstmal... Ist doch seltsam. Zzzzp. Oha. So nicht, so nicht, so nicht. Ist doch alles nicht. Verpiss dich, du komisches Auge, ey, ne? Kannst du vor sein, dass ich dich jetzt nicht töte. Muhaha. So. Nein. Na, geht doch. Alles klar. Jetzt weiß ich es. Es ist mir eingefallen. Uhu. Das war auch die letzte Möglichkeit, soweit ich jetzt gesehen habe. Nein. Ihr grüßt mich, nee. So, und weiter. Oh mein Gott, nein. Nein. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. So. Hä, hä? Nein, nein, nein. Ja. Alter. Oh mein Gott, so, jetzt versuche ich denn... Oder mache es auch... Ups, nein, das war doch so falsch. Ich wollte die Lampe. Das ist ja alles anzuzirnen, Dürren. Aber es passiert nichts. Vielleicht hatte ich das schon letztes Mal und deswegen und so. So, jetzt bin ich hier beim... Bossgegner. Höh. Ob es mir was bringt. Nein. Toll. Oh mein Gott. Hier ist, äh, attacking me. Attacking me. Äh. So. Hm. 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 Ich glaube, ihr merkt jetzt, wieso ich eigentlich... Also, wieso ich dann auch... Es hoffentlich werde. Bei den nächsten Spielen, die ich neu beginne, ähm, keine Safe States benutzen werde. Und wieder raus aus dem ganzen Möööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Es wird wahrscheinlich irgend... irgendwas sein, wo ich vorher noch nicht gekam... mit meinem Equipment. Soooo... Muhaa! Also... Dann werde ich hier mal rein schauen. Yoshi! Es ist ich! Das ist Ralla! You must never fail to find all the treasures in each Dungeon! Alles klar Digger! Natürlich immer doch! Sooo... Alles klar und weiter geht's! Oss hier ist die dicke Twirl! Mach weiter du Auge! Wutsch! Und so! Sooo... Meine Leute! Hier war ich jetzt auch noch nicht drin! Hup! 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 Hups! Hup! Buh! Mensch! Ich will dann zacken! aber eins was ich noch nicht gezockt habe also wie komme ich jetzt also da schon mal nicht wie komme ich jetzt in die dunkelwelt in die dunkelste dunkelwelt überhaupt ever hier komme ich nur wieder runter also raus also runter raus dann muss es hier doch noch irgendwas geben genau wie ein kaktus geläuft das sieht man eigentlich recht gut aus aber wie soll ich da hinkommen vielleicht wenn ich von der dunkelwelt in die lichtwelt kommen aber so scheint mir etwas schwierig denn ich habe ja jetzt oder ja denn ich habe jetzt die guten handschuhe die auch schwarze steine killen können also rufen können mein gott hier ist ein karne eine tienten fisch eine tadeos auf dem boden was ist hier drin mal sehen so haus rollo you are the true hero i believe that you will return peace to this land again oh mein gott laber nicht laber nicht hey bombe eine bombe zu mitnehmen bitte geheimnis ich kann es nicht glauben was ist jetzt hier drin wo ein herzteil a piece of heart a piece of shit piece of really crappy sucking shit so haus ich habe glaube ich eine idee oder habe ich glaube ich keine idee ich habe glaube ich eine idee ich glaube ich Idee. Glaube ich. Oh mein Gott, ich habe ihn geboxt. Richtig so fett und BAM, hab ich ihn geboxt.